Hallihallo liebe Leute und seid gegrüßt. Ich wollte euch in diesem Fall nur wissen lassen, dass ich am morgigen Tag, also am Dienstag den 24. August um 18 Uhr einen Livestream machen wollte. Um genau zu sagen einen Geburtstags-Livestream. Ja, ich habe morgen Geburtstag und wollte dann halt so einen gemütlichen Abend mit euch quasi mal machen. Erstmalig. Und dann habe ich auch mal das Vergnügen gehabt, an meinem Geburtstag auch mal frei zu haben. Und ja, auf jeden Fall spielen werden wir Asterix und Obelix für Super Nintendo. Und wenn wir damit durch sein sollten, noch eventuell kleinere Sachen oder einfach noch eine gemütliche Runde, irgendwie sowas. Werden wir ja sehen, wie wir das dann anstellen werden. Auf jeden Fall, wenn ihr Zeit habt, könnt ihr reinschauen, würde mich sehr freuen. Und dann werden wir einen gemütlichen Abend miteinander verbringen und ich sag mal feiern. Jo, also Leute, wenn ihr Zeit habt, könnt ihr morgen, also am Dienstag um 18 Uhr reinschauen. Wenn ihr nicht Zeit habt, werden auf jeden Fall die Stream-Aufnahmen auf jeden Fall auf YouTube nachträglich erscheinen. Deswegen, ja, das war es auch soweit, was ich in diesem Infovideo erst mal sagen wollte. Ach ja, und noch eine Sache vorweg. Im September wird es wahrscheinlich wieder ein ausführlicheres Infovideo mal geben. Wie es denn jetzt in nächster Zeit überhaupt weitergehen wird. Aber das werdet ihr dann auch erst im September sehen, weil ich noch ein paar Sachen überlegen muss. Und ja, mal sehen. Gut, dann würde ich sagen, etwa bis morgen, ansonsten bis irgendwann. Also gut, Leute, dann verabschiede ich mich auch wieder und sage einfach mal bis zum Livestream oder bis irgendwann. Deswegen bis dahin auf Wiedersehen.